Mein Name ist Florian Burgert und ich bin Produktmanager im Bereich Druckmesstechnik in der Vega Grieshaber Gruppe. Wir befassen uns mit den Messprinzipien Grenzstand und Füllstand und Druckmesstechnik. Heute haben wir hier unter anderem die Druckmesstechnik mitgebracht, die keramische Druckmesszelle. Sie ist sehr geeignet für abrasive Medien, da sie frontbündig in den Prozess eingebaut werden kann und zehnmal härter ist wie Edelstahl. Ein weiteres hervorstellendes Feature ist die hohe Überlastfestigkeit der keramischen Messzelle. Wir erreichen hier einen Faktor von 150 des Messbereiches und sichern so den Betrieb der Anlage. ... ... ...